Er ist so etwas wie der Urmeter der viertürigen Coupés. Der Mercedes CLS ist die vermutlich schönste Art, eine E-Klasse zu fahren. Als er vor sieben Jahren auf den Markt kam, war der CLS noch eine echte Überraschung. Aber kaum einer traute dem Coupé einen erfolgreichen Modellzyklus zu. Heute steht der Erfolg des Klassengründers fest, denn gut 170.000 Käufer fand die erste Generation. Grund genug, eine zweite aufzulegen, die jetzt deutlich muskulöser auftritt. Über Geschmack lässt sich streiten. War die Form des Vorgängers eher filigran, macht der neue CLS auf dicke Backen. Das Grundkonzept des CLS als sportlich elegante Limousine mit flacher Dachlinie, schmalem Fensterband und weichen Formen bleibt weitgehend unverändert. Aber besonders am Heck sind die Proportionen jetzt mehr herausgestellt. Auch der mächtige Grill beeindruckt. Wunderschön, die geschwungenen Flanken, die dem Stuttgarter eine ganz eigene Note geben. Der optische Eindruck lebt beim Neuen eher von der kräftigen Formensprache. Auch im Innenraum gibt der CLS den Athleten. Zwar ist auch hier die Verwandtschaft zur E-Klasse spürbar, aber Formensprache und Sitzposition sind deutlich sportlicher und bauartbedingt geht es enger zu. Über die Form kann man ja streiten. Die einen mögen es, die anderen nicht. Worüber man nicht streiten kann, ist die Verarbeitung und die wirklich exzellente Qualität hier der Materialauswahl. Hier ist zwar auch Plastik drin, aber das fühlt sich wenigstens nicht so an. Und das macht den Unterschied. Vier bequeme Einzelsitze bietet der CLS. Der Kofferraum fasst im neuen Sternenkreuzer nun 520 Liter Gepäckvolumen. Besser als beim Vorgänger die geteilt umlegbare Rückbank. Viel besser als bei der ersten Generation ist die Lenkung des neuen CLS. Die fällt direkter aus und so hat man beim Fahren deutlich mehr Freude. Aber der neue CLS soll vor allem fahrend beeindrucken und das tut er auch. Gerade in Verbindung mit der 1300 Euro teuren Luftfederung fährt sich das Coupé besonders komfortabel. Der Federungskomfort im Normalbetrieb ist beeindruckend und passt besser zum neuen Stuttgarter Prestigeobjekt als der Sportmodus. Selbst sein üppiges Leergewicht von mehr als 1,8 Tonnen kann der Schwabe überspielen. Auffällig ist das, was nicht auffällt. Das geringe Geräuschniveau. Bis zum mittleren Drehzahlbereich flüstert unser Diesel leise vor sich hin. Aber er kann auch anders. Bei Gaststellung Bodenblech klingt unser 350 CDI sogar kernig. 265 PS leistet der Sechszylinder. Das reicht, um den Hecktriebler in 6,2 Sekunden auf 100 Kilometer die Stunde zu beschleunigen. Die Trinkgewohnheiten hält eine serienmäßige Start-Stop-Automatik im Zaum. So soll der CLS rund 6 Liter schlucken. Bei unserer Testfahrt gönnte sich das Coupé gut 1,5 Liter mehr. Mehr gibt's auch beim Thema Sicherheit. Gleich ein ganzes Dutzend Fahrassistenzsysteme sollen dem Fahrer helfen. Ganz neu sind der aktive Totwinkelassistent und der aktive Spurhalteassi, der dann einspringt, wenn das Auto ungewollt eine durchgezogene Linie überfährt und den CLS dann automatisch per Bremseingriff der gegenüberliegenden Räder wieder auf Kurs bringt. Der neue CLS ist ein hervorragendes Stück Technik. Er ist hervorragend verarbeitet, fährt sich außerordentlich souverän. Was mir aber fast noch besser gefällt, ist die Optik. Er sieht jetzt muskulöser aus. Und wenn man mal ehrlich ist, der alte sah doch eigentlich aus wie eine umgekippte Banane, oder? Kam aber trotzdem gut an. Der neue wird vermutlich ähnlich gut laufen, denn im Wesen bleibt er der ersten Generation treu und das leider auch beim Preis. Unser CLS 350 CDI wechselt den Besitzer erst ab 64.617 Euro. Sicher kein Schnäppchen, aber das war der Vorgänger ja auch nicht. Ja, ich habe das understand. Dann Reciere langsam den Basis. Dann blijven Sie singen, shrimp und Cakelauch.